Die Mütterrente und Rente mit 63 soll abgeschafft werden, wenn es nach dem Willen von Frau Schnitzer, Chefin, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen geht. Sie bekräftigt erneut ihre Forderung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, im Jahr 2023 gab es ja einen riesen Aufreger um das Thema Abschaffung Mütterrente 1, 2 und 3 und auch die Abschaffung Rente mit 63 oder Rente ab 63. So gefordert von der Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Ich zeige Ihnen mal das Bild von dieser Dame. Und diese Dame hat nunmehr in einem Fokusartikel, also in der Zeitschrift Fokus nochmal ihre Forderung bekräftigt und hat gesagt, dass die deutsche Rentenversicherung noch Geld sparen muss, dass die Rentenversicherung insgesamt Geld sparen muss. Und deshalb muss man an die Mütterrente und auch an die Rente mit 63 ran. Die Mütterrente kostet dem Steuerzahler jährlich einen Haufen Geld, so sagt sie. Und das ist ein reines Wahlgeschenk. Und sie wiederholt ja ihre Forderung, die sie schon im Dezember 2023 im Tagesspiegel geäußert hat. Anstelle der Mütterrente hätte man Bahnsanieren oder Brücken bauen können, so ihre These. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein Schlag in das Gesicht für Millionen Mütter, die ihre Kinder vor 1992 oder nach 1992 geboren und erzogen haben. Die Mütterrente 1, 2 und 3 dient ja gerade als Ausgleich dafür, dass viele der betroffenen Mütter während der Kindererziehung, nach der Geburt der Kinder, Mutterschutz, Kindererziehung, kein Einkommen haben oder nur wenig Einkommen haben. Es dient auch als gesellschaftliche Anerkennung dafür, dass Eltern Mütter erzogen, Eltern Kinder erzogen haben. Und all das soll, wenn es nach Frau Schnitzer geht, gestrichen werden. Meine Damen und Herren, Frau Schnitzer ist eine Professorin. Sie lebt von einem Beamtengehalt oder, wenn sie schon pensioniert ist, von einer Pension. Sie persönlich wäre im Übrigen von ihren eigenen Vorschlägen überhaupt nicht betroffen und deshalb halte ich das schlicht und ergreifend für einen Skandal, was diese Frau hier fordert. Sie als Frau, die möglicherweise vielleicht einen gewissen intellektuellen Zugang zu anderen Frauen haben sollte, die Kinder unter Schmerzen geboren haben, aber auch dann letzten Endes erzogen haben, sollte doch einfach verstehen, was das für eine unsägliche Forderung ist. Hier den Leuten einfach das Geld zu streichen, was im Übrigen zu einer massiven Rentenkürzung führen würde, der schon ohnehin geringen Renten in Deutschland. Wir haben in Deutschland europaweit mit die schlechtesten, die geringsten Renten. Wenn man sich die Zahlbeträge der anderen Länder mal im Vergleich anschaut, liegen wir doch deutlich hinten. Meine Damen und Herren, ich halte diese Forderung von Frau Schnitzer unerträglich und deshalb fordere ich Frau Schnitzer auf, wenn sie das Video sieht oder sie vielleicht das Video auch teilen und weiter verbreiten. Frau Schnitzer, hören Sie auf mit diesem Unfug. Am besten ist, Sie treten zurück und gehen Sie bitte zu Ihrem Lehrstuhl und verbreiten Sie dort Ihre Weisheiten. Aber letzten Endes ist es einfach so, es ist unerträglich, dass Leute wie Schnitzer Ihnen ans Fell wollen und Ihnen Ihre wohl erworbenen Rechte wegnehmen wollen. Meine Damen und Herren, ich halte es wie Sarah Wagenknecht, die ja am 8. oder am 9.1.2024 nunmehr die Partei gegründet hat, die sagt, dass wir eine gerechtere Rente brauchen, dass wir eine Rente brauchen, ein Rentenversicherungssystem brauchen für die Zukunft, wo alle einzahlen, wo selbstverständlich auch Beamte und Beamtinnen einzahlen und das ja unerträgliche Zustand des zweigeteilten Rentensystems, des Ruhestandssystems in Deutschland abgeschafft wird. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch der Meinung sind, dass die Forderung der Frau Schnitzer unerträglich ist und auch nicht in Ordnung ist, dann schreiben Sie doch einfach die Dame mal an. Schreiben Sie ihr einfach mal in wohlgeformten Sätzen und Worten. Bitte nicht beleidigen, was Sie davon halten. Sie sollte vielleicht mal Ihre Augen aufmachen und sich die Frage stellen, wie sich Mütter, Millionen Mütter und auch Väter, die Kinder erzogen haben, fühlen, wenn Sie so etwas hören, wenn Sie so etwas lesen. Und Sie persönlich, Frau Schnitzer, nicht von dieser Kürzungsforderung betroffen ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.